Herzlich Willkommen zu diesem Video. In diesem Video schauen wir uns das Symposium-Paket von Ronald Engert und Gabriele Sigg an bzw. von Tadva Viveka. Ich möchte meine Symposium-Paket-Erfahrungen hier mal teilen. Ich lasse dich gleich ein bisschen reinschnuppern, damit du dir ein besseres Bild machen kannst, was sich im Mitgliederbereich erwartet, sodass du besser entscheiden kannst, ob dieses Produkt etwas für dich ist oder nicht. Ich glaube, niemand kauft gerne die Karte zu ihm Sack. Du findest den Link zu diesem Produkt in der Videobeschreibung. Dort gelangst du dann direkt zum aktuellen Angebot. Und wie du bereits siehst, bin ich hier bereits eingeloggt im Mitgliederbereich. In dem Symposium-Paket Spiritualität und Wissenschaft sind ca. 40 Interviews in Videoformat enthalten mit Wissenschaftlern, spirituellen Lehrern und Vertretern des neuen Paradigmas der Verbindungen der Welten. Und ohne viel zu reden, wir gehen mal hier weiter runter. Hier findest du dann die ganzen Personen. Also es geht von Armin Risi zu Christoph Spitz, zu Dr. Gunter Friedrich bis hin zu Stefan Datt. Hier unten findest du dann auch Mini-Symbiosen. Und hier unten geht es dann direkt los mit Armin Risi. Und ich würde mal vorschlagen, ich lasse dich mal hier ein bisschen reinschauen. Natürlich kann ich dir nicht zu viel Inhalt zeigen, denn ansonsten würde ich noch Probleme bekommen. Und das möchte ich nicht. Aber nur damit du mal die Qualität des Videos gesehen hast und wie das Ganze hier so abläuft, wie das aussieht. Und deswegen klicke ich mal hier auf Play. Seminare, Beratungen, Produkte. Vorstag für das gute Gefühl von zu Hause. Hallo, heute begrüßen wir zu unserem Online-Symposium Wissenschaft und Spiritualität die Welten verbinden. Den Autor, Referenten und... Aber wie cool, ich hoffe, der kleine Einblick konnte dir weiterhelfen in dieses Video. Also es ist im Prinzip immer so aufgebaut, wie du siehst, wenn wir hier weiter runter gehen. Ich finde, es sind noch ganz viele weitere Persönlichkeiten. Und wenn da etwas Interessantes für dich dabei ist, wenn du sagst, hey, das möchte ich unbedingt sehen, ich möchte die Arbeit hier unterstützen, dann kann ich dir das hier auf jeden Fall empfehlen. Was du auch vielleicht siehst, du kannst hier direkt das Ganze herunterladen noch als Audiodatei, dann kannst du es auch noch unterwegs anhören. Du bekommst hier dauerhaften Zugang zum Mitgliederbereich. Es sind außerdem Aufzeichnungen der Symbiosen in den Vertretern der drei Welten enthalten, die direkt miteinander kommunizieren und sich im Herzraum begegnen. Was auch cool ist, man kann sich hier ein Handbuch herunterladen zum Kongress mit den Highlights der 40 Top-Interviews. Es sind auch viele Bonis und Extras dabei. Wie gesagt, alles kann ich dir hier nicht zeigen. Es ist alles hier chronologisch angeordnet. Das Ganze hat um die 40 Stunden Spielzeit circa, je nachdem für was du dich eben interessierst. Zum Beispiel lernst du dann auch zum Beispiel von Bruno Martin, eine spirituelle Tradition kann nur erhalten werden, wenn sie sich weiterentwickelt und undogmatisch bleibt. Oder auch Werner Merker meint, wir brauchen Einfühlung und Nachahmung als wissenschaftliche Methodik zur Erkenntnis des Lebendigen. Für mich wirkte das Ganze ziemlich spannend, gerade auch der Bereich Quantenphysik hat mich sehr interessiert. Und ja, wenn dich das Ganze interessiert, dann klick doch einfach den Link in der Videobeschreibung. Und wenn du noch Fragen hast, dann schreib diese einfach in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen.